Jungs, Weihnachten kommt dieses Jahr alle zu uns. Und du machst die Gans. Tommylein! Schade, du hast keine Freundin, da ist Platz genug. Wäre ja. Du hattest da noch was. Eher aber nicht Onkel Jense, oder? So flexibel wie ihr. Ein Wohnzimmer von Ikea. Also, ich freue mich schon. Ich freue mich schon.